Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu diesem Video und dieses Video ist jetzt ein bisschen anders als die anderen. Hier geht es nicht primär um Inspiration, hier geht es vielmehr um ein Tool, was ich für mich entdeckt habe. Also eine richtig geile Seite, die ich für mich entdeckt habe, um für die Leute, die jetzt viele reisen oder einfach geile Videos machen wollen auf YouTube oder zum Beispiel, einfach eine Drohne wollen. Also vor allem geht es hier um die Drohne, die ich benutzt habe in dem Video, bei einem Babe, wo ich unterwegs war in Asien, also checkt auf jeden Fall das Video ab. Und, naja, die Seite heißt GetGroover und die hat mir diese Drohne hier zur Verfügung gestellt, weil ich wollte unbedingt eine Drohne haben und nicht viel Geld ausgeben. Und bei dieser Seite könnt ihr ganz, ganz viele Sachen ausleihen und vor allem sowas hier, dieses feine Stück, weil normalerweise kostet ja das Ganze über 1000 Euro und es war mir einfach zu viel und ich wollte natürlich nicht so viel Geld ausgeben. Ich denke mal, die meisten kennen das, für so eine Drohne 1000 Euro ist ein bisschen heftig, aber ihr bekommt das Ganze für 50 bis 60 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Monatlich könnt ihr das ausleihen. Also für alle, die viel reisen, einfach eine geile Drohne wollen, geile Aufnahmen, den empfehle ich GetGroover. Ja, und eine kurze Produktbeschreibung, die jetzt keine wirkliche Produktbeschreibung ist, aber auf jeden Fall empfehle ich euch genau diese Drohne von DJ Spark Maverick Pro, weil die ist ziemlich klein. Und wenn ihr jetzt unterwegs seid und reisen wollt und dort geile Aufnahmen machen wollt, dann ist das natürlich optimal. Also unbedingt abchecken, verlinke ich aber auch noch. Und die Seite werde ich auch nochmal unten verlinken. Also, ich möchte euch gar nicht lange aufhalten. Das ist ein kurzes Video, einfach eine geile Empfehlung von mir und danach habe ich selber ganz, ganz lange gesucht. Ja, in diesem Sinne noch einen schönen Abendtag, morgen und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dann! Und ja, das Video ist jetzt hier einfach für all die, die, ja, und, weil, guck mal, ich bin einfach hardcore, ich bin voll überzeugt von dieser geilen Seite, weil ich bin einfach voll überzeugt von dieser Sache auch, okay. Naja, also für alle, für alle, für alle, die viele reisen, einfach eine geile Drohne wollen, geile Aufnahmen, denen...